Hallo, ich bin der Christopher aus der Berlin-Brandenburger OpenStreetMap Community und ich erzähle euch mal, wie Behörden und OpenStreetMap zusammenarbeiten können anhand der Landesvermessung und Geobasisinformationen Brandenburg, dem Landesbetrieb, der die Geodaten für das Land Brandenburg verarbeitet. Und da gehe ich so ein wenig geschichtlich durch, wie das Ganze entstanden ist, beziehungsweise wie wir jetzt zusammengearbeitet haben. Und zwar, früher war das so gewesen, die Daten wurden verkauft unter einer proprietären Lizenz. Ein gewisser Teil der Daten konnte frei abgerufen werden für private Nutzung über den Brandenburg Viewer, also so Autofotos und Grundstückspreise, beziehungsweise die Bodenrichtwerte konnten dann abgerufen werden für die private Nutzung, konnten aber kommerziell oder für OpenStreetMap nicht verwendet werden. Im Jahr 2019 wurde dann das Brandenburgische Vermessungsgesetz entsprechend angepasst. Da wurde dann definiert, dass digitale Informationen kommerziell und nicht kommerziell Endgeld frei zur Verfügung gestellt werden sollen. Als Lizenz wurde dann diese Datenlizenz Deutschland mit Namensnennung gewählt. Wir wissen in der OpenStreetMap-Community, dass das nicht kompatibel ist mit der ODBL, also der OpenDatabase License, unter der wir unsere Daten zur Verfügung stellen. Das heißt, wir können die Daten, die von der LGB zur Verfügung gestellt werden, unter der Lizenz nicht eingebunden werden. Daraufhin hatten wir uns mit der LGB in Potsdam getroffen. Das heißt, wir waren vier OpenStreetMap-Community-Mitglieder, beziehungsweise aktive, die unter anderem waren dann Mapper dabei. Da waren auch zwei dabei, die die Daten entsprechend nutzen. Und hatten uns dann zusammen mit der LGB ausgetauscht, unser Anliegen erläutert, dass wir da Lizenzprobleme sehen und beziehungsweise haben und die Daten nicht nutzen können, was natürlich erstmal so auch für die LGB recht schade war, weil sie hätten gerne gesehen, dass wir ihre Daten auch nutzen und die Daten verwenden, dass das Ganze auch einen Zweck hatte, diese Gesetzesänderung. War also das Ziel gewesen, eine Extra-Vereinbarung zu erwirken wie in Berlin, also wirklich Extra-Lizenz, dass wir das in OpenStreetMap gewisse Datensätze benutzen können. Im April, wann war es dann endlich soweit, die Geschäftsbedingungen wurden dann entsprechend veröffentlicht und angepasst. Und dort wurde dann im Punkt 6.1 definiert, hier habe ich den nochmal dargestellt, dass die Lizenzinformationen nicht in unmittelbar im Zusammenhang mit der Darstellung angebracht werden müssen. Das heißt, es gab keine Sonderregelung für OpenStreetMap. Es war aber soweit sinnvoll und anwendbar gewesen, dass wir die Lizenzinformationen im Detail dann auf dem OpenStreetMap-Wiki beziehungsweise die Contributors-Seite anpassen mussten nur. Mehr war nicht nötig gewesen. Und dort definiert haben, dass die Daten, die von der LGB kommen, unter entsprechender Datenlizenz Deutschland definiert sind. Und wie gesagt, keine weitere Anpassung ist dann nötig, wenn jetzt neue Datensätze entstehen oder Sonstiges. Also das ist ein sehr komfortabler Weg. Also das würde ich auch anderen Bundesländern empfehlen, die mit OpenStreetMap zusammenarbeiten wollen und die sagen, wir wollen das ja unter Namensnennung oder wir müssen jetzt, weil es eine Vorgabe ist, das unter Namensnennung stellen. Deswegen wäre das auch eine wunderschöne Lösung. Die Landesvermessung hat ungefähr 300 Datensätze. Für uns relevant sind sie unter anderem 3D-Daten, die Alkis-Daten, Adressdaten und Autofotos. Wie nutzen wir das Ganze? Also wir hatten uns auch in dem Gespräch geeinigt, dass wir die Daten nicht eins zu eins der LGB übernehmen, weil auch ein gewisses Maß an Qualitätssicherung ja da sein soll. Also wir unsere Daten überprüfen bzw. dabei vielleicht Fehler bei der LGB auffindbar sind dadurch. Hier ist nochmal zu sehen, welcher Quellvermerk anzubringen ist, wenn Daten der LGB verwendet werden. Also in den entsprechenden Änderungssätzen einfach kurz rein definiert, wo ist die Quelle oder woher habe ich diese Daten, die ich jetzt hier erfasst habe. Die Autofotos sind in ID und JOSM schon drin, also die kann man dort ohne Probleme verwenden. Genau so ein bisschen zum Ausblick oder in die Zukunft, also wenn jetzt wieder pandemiebedingt das möglich sein sollte, würden wir uns gerne mal wieder treffen zu Hack-Weekends oder zu allen Workshops, dass wir uns mal gegenseitig austauschen, die LGB OSM kennenlernt und die OpenStreetMap-Community die LGB so ein wenig. Das ist gar nicht verkehrt, dass man wirklich mal so einen Blick über den Tellerrand hat und nicht nur in seiner eigenen Welt lebt. Dann gibt es noch ein Geomerker, das ist ein Fehlermeldeportal bei der LGB. Das wird auch von anderen OpenStreetMap-Nutzern verwendet, um der LGB mitzuteilen, oh, hier ist ein Fehler im Straßenname oder hier ist ein neues Gebäude oder die Ausmaße der Gebäude sind ganz anders oder es existiert nicht mehr. Das kann von jedem Nutzer gemeldet werden, also da kann man auch wieder Feedback an die LGB zurückgeben. Was jetzt neu ist, beziehungsweise was jetzt Ende Mai im Brandenburgischen Landtag durch die Grünen eingebracht wurde und zugestimmt wurde, dass Brandenburg ein Open Data Gesetz bekommt, beziehungsweise das ausgearbeitet wird die nächsten Monate und wahrscheinlich Jahre und dort vielleicht sogar noch mehr oder von anderen Behörden noch Datensätze mit dazukommen, die wir dann entsprechend verwenden können. Damit bedanke ich mich und freue mich, wie gesagt, auf gegebenenfalls Fragen beziehungsweise bedanke mich auch bei der LGB für die nette Zusammenarbeit.